Vidyanidhi und Garathara in Klammer Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta 7 Nun vernehmt von Sri Vidyanidhi mit Namen Pundarika, dem geliebtesten Krishnas, dem er befohlen hatte, in Jadikrama in Ost-Bengalen sichtbar zu werden. Ishwara hatte sich in Navadvip offenbart, doch er seufzte tief, denn er bekam den Pundarika Vidyanidhi nicht zu sehen. Und den Tanz abbrechend ruft Gora, Pundarika, Väterchen, und weint, O Pundarika, mein Väterchen und Freund, wann werde ich dich zu sehen bekommen? Doch die Bhaktis wussten nicht, wen er meint. Sie wussten nur, dass Pundarika ein Name Krishnas ist und dass Vidyanidhi sicherlich ein ihm lieber Bhaktis sein müsse. Und als er wieder Bewusstsein der Außenwelt hat und wieder weiß, wer er ist, wo er weilt und was er tut, da sagt er, Ihr seid glücklich zu preisen, dass ihr begehrt, von ihm zu hören. Sein ganzes Leben ist unerhört, sein bloßer Name heiligt die Welt. Er lebt in Luxus wie einer, der sich den Lebensgenüssen verschrieben hat und niemand vermag zu erkennen, dass er ein Vaischnava ist. Ein Brahmane, geboren in der Jadikrama. Er ist ein Gelehrter, der die Pflichten seines Lebenstands als Brahmane erfüllt und von allen Leuten geachtet ist. Und doch treibt er immer dar im Meere von Krishna Bhakti. Er scheut sich, mit seinen Füßen die Ganga zu berühren und badet deshalb nicht in der Ganga und geht nur nachts zum Anblick der Ganga. Er kann es nicht ansehen, dass die Leute sich mit Gangaswasser den Mund ausspülen, die Zähne putzen, die Haare waschen. Es tut ihm im Herzen weh und deshalb geht er nur nachts, um die Ganga zu sehen. Vor der Gottesverehrung trinkt er Gangaswasser und tut dann Puja, so wie es alle Panditas tun sollten. Fußnote 439 Also nicht wie die Leute sonst tun, um sich von Sünden loszuwaschen, sondern um der Puja willen. Er ist zur Zeit in Jadikram, doch wird er schnell kommen. Ihr alle werdet ihn zu sehen bekommen. Doch wird ihn niemand auf der Stelle erkennen können. Er sieht wie einer aus, der den Sinnesgenüssen hingegeben ist. Ohne seinen Anblick kann ich keine Ruhe finden. Ihr müsst ihn alle anziehen und hierher bringen. Und da Ishvara ihn anzog, brach Pundarika nach Navadvipa auf, mit viel Gefolge von Dienern und Brahmanenjüngern. Und er blieb in Navadvipa wohnen. Doch hielt er sein Wesen verborgen und die Leute hielten ihn für einen, der den Luxus des Lebens genießt. Die Vaischnavas erkannten ihn nicht. Nur einer Mukunda erkannte sein Wesen. Denn er war mit ihm im gleichen Dorfe aufgewachsen. Nun war der Pandit Gadatara Mukundas großer Freund und Mukunda sagte zu ihm, Da ist ein wunderbarer Vaischnava angekommen. Hör gut zu, ein Vaischnava, wie du ihn zu sehen begehrst. Ich will ihn dir heute zeigen. Vergiss nie, ich bin immer dein Diener. Pundarika begrüßte den Gadatara und bat ihm einen Sitz an und fragte den Mukunda, wer er sei. Denn sein Leib leuchtete ja von Krishna Bhakti. Seine Gestalt und sein Charakter seien sehr schön. Und Mukunda sagte, Das ist Shri Gadatara, der von Kindheit an kein Interesse an der Welt hat. Die Vaischnavas lieben ihn sehr. Und er hat von dir gehört und ist gekommen, dich zu sehen. Und Pundarika freute sich und redete mit ihm respektvoll. Er sah aus, wie ein Königssohn, saß auf einem edlen Sofa mit Baldachin, auf einem federleichten Weichensitz und mit prachtvollen Kissen um sich herum. Mit seidenen Überzügen, edlen Trinkgefäßen, Spucknapf, Betelbehälter. Herrliche Schränke waren an den Wänden. Pundarika Vidyanidi ist Betel. Seine Lippen leuchten rot. Zwei Diener fächeln ihm mit Pfauenfedern Luft zu. Ein aufrechtes Zeichen aus Sandl ist auf seiner Stirn. Parfümpuder, langes, wohlgepflegtes Haar mit duftenden Ölen. Durch die Kraft der Bhakti sieht er aus wie der Gott der Liebe. Wer ihn nicht kennt, meint, er sei ein Königssohn. Im Zimmer ist ein Schaukelbett. Alles ist so, wie es in einem Leben in Luxus gehört. Gadathara sah das alles. Und ein großer Zweifel entstand in seinem Herzen. Und er meinte, das ist ja ein seltsamer Vaischner. Er hatte gehört, er werde einen Bhaktar finden. Doch die Bhakti, mit der er gekommen war, schwanz dahin beim Anblick dieses Mannes. Mokunda wusste, was im Herzen Gadathares vor sich ging und machte sich daran, das Wesen Pundarika Vidyanitis zu offenbaren. Denn vor Gadathara kann nichts verborgen bleiben. Und mit schöner Stimme singt Mokunda von Krishna und zwar Strophen, die von der Größe der Bhakti handeln. In Klammer Bhagavatam 3.2.23 und 10.6.35 Als Pundarika Vidyaniti diese Beschreibung des Bhakti-Yoga hörte, fing er an zu weinen. Ananda ströme von Tränen, Zittern, Schweiß, Ohnmacht, Härchensträuben, Brüllen. Alles geschah zugleich. Fußnota 440 Fast alle Sattvika-Bavs der Prima-Bhakti treten zugleich auf. Und er donnerte, fahre fort, fahre fort, und kann sich nicht fassen und fällt zu Boden. Und er stößt an alles an, zerbricht alles, nichts bleibt verschont. Wo waren die edlen Dinge, die Kästchen, die Bedelbehälter, die Wassergefäße, das edle Bett, das Weiche, lag auf der Erde, von seinen Füßen geschlagen. Und die edlen Gewänder werden unter seinen Händen zu Fetzen. Wo ist das gepflegte Haar? Im Staube wälzte er sich und weinte, Krishna, mein Krishna, mein Leben, oh, ich bin wie Holz, wie Stein. In Klammer stumpf ohne Bhakti. Und er bereut und klagt und weint laut, oh, du bist Avatare geworden, und ich bin betrogen worden, leer ausgegangen. Er weint, rollt am Boden, zittert. Zehn Leute können ihn nicht halten. Alles im Raum ist in Fetzen, in Stücken, Staub unter seinen Fußtritten. Nur das blieb, was die Diener retten konnten, bis er schließlich ohnmächtig wurde, leblos hinschlug. Pundarika, wie Tjanidi, im Meer des Ahnender. Das erschüttert den Gadathara, und er wundert sich sehr und denkt, Oh, ich verachtete diesen Edeln in meinem Herzen. Oh, ich kam in einem üblen Augenblick. Und Gadathara umarmte den Mukunda, badet ihn mit seinen Tränen und denkt, Du hast die Edeltat eines Freundes getan, mir diesen Bhaktar Pundarika Vidyanidi gezeigt. Da bin ich ja beinahe in ein großes Unheil gestürzt. Du warst dabei und hast mich gerettet. Ich sah den Luxus und hielt ihn für einen Luxus-Vaishnava. Du hast verstanden, was ich fühlte, und hast seine Bhakti hervortreten lassen. Ich beging ein Vergehen in meinem Herzen. Bitte, sei gut zu mir, dass ich solches Vergehen überwinde. Alle Bhaktas, die diesen Weg der Bhakti beschritten haben, die haben jemand, der sie unterweist. Doch ich habe diesen Pfad betreten, ohne einen Guru zu suchen, von dem ich Mantra und Unterweisung erhalte. Ich habe ihn im Herzen missachtet. Ich will sein Schüler werden. In Klammer von ihm Mantra nehmen und so weiter. Dadurch wird das Vergehen gut gemacht werden. Und Gadatara sagt dem Mukunda, dass er von Pundarika Initiation nehmen wolle. Und Mukunda freut sich und lobt ihn. Nach sechs Stunden kam Pundarika Vidyanidi wieder zum Bewusstsein der Außenwelt und setzte sich nieder, noch voller Unruhe. Fußnote 441 In der Prima Bhakti setzt das Bewusstsein der Außenwelt aus. Erstens, wenn Bhagavan oder die Bhaktas von etwas so erfüllt sind, dass sie sich selbst ganz vergessen und wie Irrsinnige tanzen und singen. Zweitens, wenn sie wie ohnmächtig werden, beinahe ohne Atem, die äußeren Sinne setzen aus. Doch ist der Atmer ganz im unmittelbaren Schauen und Erleben und Dienen Gottes und seiner Lila. In Klammer nach Rupa Goswamis Bhaktiras Amrita Sindhu Gadatara weinte endlos, der Strom der Tränen benetzt seinen ganzen Leib. Da freut sich Pundarika Vidyanidi, nimmt den Gadatara in seinen Schoß und Gadatara ist voller Furcht und Ehrfurcht. Und Mokunda spricht für Gadatara und erklärt dem Pundarika Vidyanidi, was in Gadataras Herzen vor sich ging und dass er zur Entzündung seiner Schuld von ihm Initiation in den Mantra nehmen wolle. Gadatara sei ein Vishnobakter von asketischem Wesen, von Kindheit ernst wie die Alten. Von Kindheit an ist er bei Ishvara, bei Chaitanya als sein Diener und er ist der Guru-Schüler-Verbindung würdig. Denkt darüber nach und an einem guten Tag gebt ihm den Mantra, der ihn zu dem von ihm erwählten geliebten Aspekt Gottes führt. Pundarika Vidyanidi lacht und sagt, da hat mir der Schöpfer einen großen Edelstein gegeben. Es ist ein gutes Schicksal, das einem einmal in vielen Leben beschert wird, einen solchen Schüler zu bekommen. Am kommenden zwölften Tage der hellen Monatshälfte wird dir zuteil werden, was du begehrst. Und Gadatara beugt sich verehrend vor ihm nieder. Mokunda und Gadatara nahmen Abschied und gingen zu Gora, der von Pundarikas Ankunft aus ihrem Munde hörte und sich im Herzen sehr freute. Pundarika Vidyanidi kam ungesehen nachts zu Prabhu, der allein war, sodass niemand davon wissen konnte. Und als Pundarika ihn sah, wurde er ohnmächtig und konnte ihm nicht einmal zu Füßen fallen. Dann, als er wieder bei Bewusstsein ist, brüllt er und weint und verflucht sich selbst. Krishna, mein Leben, Vater aller Welten, alle hast du errettet, mich allein hast du um deine Gnade betrogen. Vishvambara, der elterliche Liebe zu seinen Bhaktas hat, kennt seinen eigenen Geliebten, steht verwirrt auf, nimmt ihn in seinen Schoß und weint. O Väterchen Pundarika, heute, Vidyanidi, habe ich dich endlich zu sehen bekommen. Das hörten die Bhaktas und nun wussten sie, dass Pundarika Vidyanidi gekommen war. Dann nimmt Pundarika Vidyanidi den Gora Sundara in seinen Schoß und begießt ihn mit seinen Tränen. Die Bhaktas erkannten, dass Pundarika Vidyanidi der Liebste des Prabhu ist. Und Prima und das Gefühl, wir gehören zusammen, erfüllte ihre Herzen. Es war, als ob Prabhu in Pundarikas Wesen versunken wäre und für drei Stunden liegt er leblos in seinem Schoß. Dann kommt er zum Bewusstsein der Außenwelt zurück und ruft, Hari und sagt, heute hat Krishna alle meine Wünsche erfüllt. Mit Pundarika und allen Bhaktas tut er Kirtan und er sagt, sein Titel ist Pundarika Vidyanidi, in Klammer, Meer des Wissens. Doch er ist ein Schatzhaus für die Verteilung von Prima Bhakti. Und dann bittet Gadathara um die Erlaubnis von Pundarika, Initiation in den Mantra empfangen zu dürfen und berichtet, wie unrecht er sich gegen den Pundarika Vidyanidi verhalten hatte und dass er als sein Schüler sicherlich Verzeihung des Guru erhalten werde. Prabhu war sehr zufrieden und sagte ihm, Tue es schnell, tue es schnell! Gadathara empfing die Initiation in den Mantra von Pundarika Vidyanidi. Beide sind dem Krishna Chaitanya so sehr lieb. Würdiger Guru und würdiger Schüler. Fußnote 442 Aus dem früheren Kapitel Chaitanya offenbart alle Schaktis und aus Gora Ganodesha Libika von Kavikarnapurna geht hervor, dass Gadathara, Krishnas ewige Schakti, in Klammer Gattin, Radha, ist. Vidyanidi ist in der Krishna Lila Vrishabhanu, Radhas Vater im Hirtenland. Zwischen beiden besteht seit Ewigkeit eine Verbindung, die in dieser Lila in der Beziehung zwischen Guru und Schüler wieder aufliebt. Wenn in Chaitanya, der alle Gottesaspekte und alle Aspekte der Schakti Gottes umfasst, das Wesen Radhas hervortritt, dann manifestiert sich in Gadathara das Wesen einer ewigen Teilentfaltung Radhas, deren geliebte Freundin Lalita. Gadatharas Schüler führen die Traditionsfolge weiter bis zum heutigen Tag.